Hallo Freunde, hier ist euer Klitschern, hier zieht es in mir, Rutsi, Arme, ich will dir was sagen, aber ihr, genau, und das Problem ist, Rutsi, genau, aber ihr wisst nicht, was da abdagen, ich denke, ja, der Wutsch, aber ich denke, ihr könnt nicht sagen, was wirklich los war, ich kann mir sagen, ja, das, und ich gucke gerade Netflix an, und ich will sagen, die müssen wir auch mal Netflix holen, ähm, ich muss noch nicht mal, äh, Moment, halt mal, äh, so, äh, so, jetzt hier, und, äh, jetzt will ich euch jetzt so, ähm, das dann, äh, Rutsi, nicht mal sagen, immer, aber, seitdem, mach ich mich stutzig, warum, äh, Rutsi, nicht mal sagen, okay, entschuldigt, aber ich, äh, äh, genau, aber ich, äh, neue Frage, warum, weil er nicht nachdenkt, was ich denke, was er, ja, den, und das Problem hat er jetzt, so, das ist ein Möter, der zweite Möter, hat Probleme, und das Problem ist, äh, sich selbst, und, äh, ich könnte euch sagen, äh, es ist komisch, äh, er kann nicht mal nüftig werden, äh, er macht nur, äh, äh, mit I zusammen, äh, ich könnte, vorstelle, er hat, äh, Schatzpart, so, das ist ein Möter, die zweite Möter, die zweite Möter, das ist ein Möter, so, äh, der dritte Möter, ich kenne, vorstelle, er hat, Schatzpart, weil er, äh, denkt, äh, und, äh, 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 so, wie ich meine Lade, und ich, äh, sage euch so, ich bin aber ein Teufelin, weil er denkt, das, was er denkt, was ich denke, ich habe großartig gesagt, du, das denke, was du denkst, so, so, er will nur euch vermitteln, und, äh, flug, und das, denk, äh, na, und das hat er sagt, äh, genau, Inlassflug, und, äh, na, und das will ich jetzt sagen, Moment, ich muss jetzt mal ein bisschen älter machen, sie hier, so, 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 und das war, war, nicht Tourette, ich denke, hier, und, äh, so, und jetzt habe ich ja noch ein Tüß gekriegt, so, so, jetzt ging er, und ich denke, und viele andere, genau so, er hat nichts verpasst, äh, döt für 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 d Er denkt, du bist der einzige Spieler, aber andere Leute ärgerst. Du hast es nicht falsch, aber du hast es nicht falsch. Das ist das Problem. Und du denkst das, was ich denke. Und andere Leute. Zwei. Genau. Du bist der Böse. Da musst du durch. Aber du denkst das, was die denken. Genau. Das ist das Problem. Jetzt frage ich meinen Beruf. Ich kann euch sagen. Aber nicht nett. Wenn er einmal lürtet. Mal sich hindern. Und sage ich mal eine längere Pause. Und mal anders bieten. Als sie Netflix-Thema anstrengen. Oder die Yokio-Reihe. Das auch mal festgehen. Was ich meine. Und das ist genau der Punkt. Ich will jetzt noch sagen. Das war so ärmer. Aber ich denke ihr und viele andere. Sie genau zu. Das was genau. Ich sage euch so. Ich denk mein Teil. Ich denk mein Teil. Weil er denkt. Und so ist es. Er denkt man nicht nach. Und das jetzt sage. Das war so. Ihr spielt die Runde Fortnite. Und der. Na gut. Äh. Und äh. Und das. So. Das. Will ich jetzt sagen. Danke fürs Zuhören. Euer Kipstar.